Vielfältigkeit bedeutet für uns, dass eigentlich jeder Mensch mittlerweile, egal woher er kommt, machen kann und nach dem gleichen Recht leben kann. Bei uns zum Beispiel ist es Tanzen, so viele Stile wie es auch gibt, ist auch unsere Gruppe. Wir haben eine eigene Tanzgruppe, es ist ganz viele Nationen zusammengesetzt. Oder ich habe eine türkische Freundin, vielleicht auch mal was anderes Ungewöhnliches, was es damals nicht gegeben hätte und deswegen halte ich Vielfältigkeit für Superwichtigkeit. Ja, siehst du auch so.